So, ich komme. Geht nicht auf. Du wirst ja eigentlich aufgehen, oder? Ja, aber mit den Wänden passt es nicht. Wir haben hier oben. Haben wir einfach Fenster. Wänden? Wo bist du? Im Haus. Oder bin ich auch. Im Haus. Ich bin wieder runtergefahren. Du musst unten sein. Oh, du musst mir schön sagen, wo ein Fenster ist. Ähm. Hier ist der? Ja, da kommt ein Fenster hin. Wo noch? Nehmen wir da noch? Ja. Abstand? Ja, noch eins. Ja, genau, drei. Ja. Abstand? Wie viel? Und jetzt wieder. Ähm. Eins, zwei, drei, vier. Hier, wo ich stehe. Noch eins. Ja. Dann noch eins. Oster, was bist du am machen? Nein, nein. Ich glaube. Ja? Ja, genau. Ja. Was? Noch eins? Das Lagersystem, oder was? Ja, noch eins. Noch eins? Wegen dem Lager habe ich mir überlegt, dass wir vielleicht eine zentral gelegene Lagerhütte machen können. Gut, jetzt sieht man das Lager aus, ganz ehrlich. Ja, wenn wir das Lager dann irgendwie bei mir im Keller unten haben, muss man weit laufen, bis man dann mal... Sehen wir so, deine Höhle ist nichts anderes als ein Keller, ein großer Keller. Also, hier. Hallo, ich stehe hier oben. Ähm. Ah, wo du jetzt das Holz hingebaut hast, haben wir unten ein Fenster. So, ich komme wieder raus. Ich habe zehn Obstetien. Da, wo ich runtergefahren bin. Das muss reichen. Ja, guck mal, da war mir ein Fenster. Ja, ich sehe es. Dann mache ich dort Fenster. Dann komme ich wieder nicht raus. Oder soll ich auf diese Seite Fenster machen? Mach mal da Fenster. Mach ich so. So. Weil unten haben wir nur Mini-Fenster hier. Passt das so irgendwie? Äh. Äh. Welche Level habt ihr eigentlich? 30. Ja, ich bin 30. 32. Okay, ich bin 37. Ja. Was ist das? Ist das maximal Level? Ne, gibt es nicht. Nur ab 30 bekommt man langsam... What the fuck, was war das? Ein Creeper. Sehr wahrscheinlich plus minus unter eurer Hütte explodiert. Ja. Bei uns in der Nähe. Ey, ich sehe dich. Ich auch. Du bist über... Oh Gott, wieso wäre das ja riesen Loch hier hinten? Bin wrong? Ja, tut mir leid. Du hast mir mit dem Fenster nicht fertig geholfen. Äh, also. Nein! Dann bin ich halt wieder ins Loch gefallen. Auch gut. Ist die Seite? Kann man machen. Ich würde sagen, du bist da bei der linken Seite. Oder von dir aus. Wo ich jetzt stehe. Hier genau da, wo du stehst, noch ein Fenster hin. Und Reierfenster. Es ist so wie unten. Gut, dann hier drüben. Nein, nein, nicht da. Ich darf der anderen Seite. Das kann ich nicht. Dort ist ne Wand. Hier kommt Wand hin. Wand hin. Ja. Gar nicht nicht, das ist Wand. Ja, dann nehmen halt den Schnack. Ah, du. Komm, ich mach's jetzt asymmetrisch. Asymmetrisch. Nein. Wenn du uns am Anfang nicht entschuldigt hätt, hätt ich etwas können sagen. Das ist Möhren, oder? Äh, Kartoffeln. Kartoffeln? Das hier hinten ist die Möhre. Noch nicht aberenden. Die ist noch nicht ganz gewachsen. Ja, ich ente da zum Möhren, Kartoffeln ente ich noch nicht. Mit ein bisschen Glück bekommen wir vier raus, dann haben wir schon mal vier Karotten, die wir ansetzen können. Oh. Das heisst, innerhalb von 200 Folgen haben wir vielleicht das ganze Feld voll mit Möhren. Wow. Sind Möhren so wichtig? Also sind Möhren wichtig, oder? Möhren, auch Nahrungsmittel. Oh. Und, die Schweine. Gib mir mehr wie Melonen. Ganz Schweinereiten, ja. Gib mir mehr wie Melonen. Oh. Beispielsweise. Bin mitte in der Höhle. Ja. Schwarzburg. Hm, geh mir mal schein, was passt das mal. Scheiben scheren. Das braucht man als Knochenmehl, zum Färben, oder? Das Knochenmehl braucht man zum Kultivieren von Feldern. Ja. Primär. Ich würde es nicht zum Färben benutzen. Die wachsen dann schneller. Ja, schon bei den Rüben benutzt? Nein, genug nicht. Eine kleine Frage, was wird das hier unten? Äh, ein Gang zu Mittelerde. Ich habe mir mal gedacht, fahr's hier. Was man Lust hat zum Stripmine, dann kann man hier runtergehen. Äh, ich würde jetzt mal eindeutig alle oberen Blöcke entfernen. Ja. Das ist ja unmenschlich. Das ist ja unmenschlich. Das sind ja menschenunwürdige Bedingungen. Ja. Da verliert ihr in der Minecraft-Figur, äh, 20 IQ-Punkte während dem Heruntergehen. Weil sie so oft den Kopf anschlägt. Ich bin mir also frei, mach das noch schnell. Ich glaube, seit der 1.7er Version muss man immer so viel essen. Ja. Ja. Die ganze Zeit nur am Essen. Ah, ja. So, jetzt kann man auch den Gang runter sprinten. Jawoll. Gleich viel gemütlicher. Bitteschön. Vielen Dank. Aua. So, und jetzt schmeisse ich Wasser hinein. Tja. Ja, dann langsam aber sicher, ähm, und so. Mhm. Euer Haus ist sehr interessant mit dem Dirt und so. Ja, das wäre ein Fenster. Gibt noch eine interessante Komponente hinein. Ist noch, ähm. Wird noch. Wisst ihr was? Jetzt mach ich noch etwas. Nein, nicht so. So. Es nervt mich. Was? Das. Bin ich bei dir, also weiß ich nicht, was das ist. Tja, vielleicht bist du ja das, das. Ich kommst du. Ähm, Axta, ich hatte, ich hab hier in der Hütte, also im Lager, hab ich ein Dings mit Feldzeug. Okay. Hier drinne. Okay. Ja, ja. Ich kann mal... ... 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 Du bist ja so'n Scheiß-Zum-Din. Ähm, da hinten sind Creepers. Na und jetzt? Wenn die einen nicht sehen, machen die nix. Geh doch auf dich mal! Wo wartest du mich? Jaaa! Okay, gut, ähm... Ja. Ey! 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 Ich kann mich da reinsperren. Wo seid ihr zwei? Ich bin der Höhler... äh, mein Weissfinderin. Ich hab gerade meine Brote verloren, weil ich sie weggeschmissen hab' und mich eine Spinne angegriffen hat. Hm. Bin Poolparty! So, dann würde ich jetzt mal sagen, oder fragen zuerst einmal, was das hier soll. Das ist ein Wohnungsbrunnen, was er beruhigt. Ja, total. Total. Wiii! Äh, ja, dann würde ich jedenfalls sagen, danke fürs Zusehen bei der aktuellen Miauf-Zugur. Super. Wer hat schon wieder mit Schildern herumgespielt? Oh Gott. Ich werde dich noch wild fliegen bringen. Okay, ja, ähm... Dann an dieser Stelle eben... Schlägt mich schon nach Schnellpeter. Ja, also... Geht's noch, also bitte, also... Der, äh, wirklich die gesamte... Das Ziel hat, die gesamte Map zu untergraben. Pass, ähm... Pimbro, wo bist du? Äh, ich bin unterwegs. Ich bin kurz... Gut, und, ähm... Ja, dann... Wo seid ihr? Wie immer natürlich könnt ihr uns... Wären wir sehr froh, wenn ihr uns irgendwelche Kritiken hinterlässt. Was auch immer für welche. Ähm... Ja, ich entschuldige mich. Ich entschuldige mich jetzt schon. Diese Aufnahme hat nicht sehr viel Produktives gezeigt. Ihr habt Diamanten gefunden. Ja, ihr habt Diamanten gefunden. Das ist... Ja, gut. Peter ist auf der Aufnahme drauf. Ich muss immer noch schauen, wie ich das zusammenschneide. Keine Ahnung. Ja, mal gucken. Ja, jedenfalls, äh... Ergebnis... Wir haben Diamanten gefunden. Wir haben Obsidian und... Wir haben Obsidian und, äh, das Haus... Und, äh, das Haus... Das ist so berührend. Ja, der falsche... Ja, der falsche... Gurgur... Ja... Andere... Andere Projekte als Minecraft, gut oder eben nicht so gut, oder Interesse oder eben kein Interesse, dann können wir nämlich dementsprechend, äh... Dein Helm ist kaputt. Ja, danke. Ja, danke. Können wir dementsprechend, äh, unseren Sendeplan und unsere Aufnahmen, äh, dahin gehen und an dieser Stelle bleibt mir eigentlich nur zu sagen, ähm, wir sind uns bei einem nächsten, beim eigenen, im nächsten Projekt von Left4PlayLP, schaut auf unserem Kanal oder auf unseren Seiten vorbei, left4playLP.ch, ja, wir sind Schweizer. Jawohl. Äh, ist neu gemacht, schon seit drei Monaten etwa und, äh, ja, dort findet ihr auch Umfragen und desgleichen. Ja, dann bleibt mir nur noch zu sagen, ich wünsche euch noch eine schöne Zeit und bis zur nächsten Aufnahme. Tschüss. 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 Tschüss.